Das ist die allererste Spritze. Die Dame bis nach hinten, bitte. Ich denke, gut, denke ich ja. Ich merke nichts. Die Impfung selbst war auch sehr gut. Hat überhaupt nicht irgendwie, ist ja manchmal so ein bisschen, manchmal, aber hier war ich gar nicht. Ja, der ist sehr gefährlich und hat man das schon gehört. Und auch gelesen immer und so viele Tote bei ihnen an den Heimen und alles, das ist schrecklich. Und deswegen ist es sehr gut, dass man jetzt dagegen geimpft wird. Also ein großer Vorteil für uns alte Leute hier. Und das ist sehr gut. Und das ist sehr gut. Ich habe einen großen Knoll-Modell. Ich habe einen großen Knoll-Modell. Ich habe eine große Anása. Ich sehe heute, dass alle die Hellen und die Hellen-Modellinnen und die Hellen-Modell sind, nachdem wir die Maske ausgesucht haben, und zwar in unserer Patrie, das schwierigste Verschiebeinung der Maschinen-Evölkerung der Hellen-Pflicht mit dem E-Modell-Modell mit Covid-19. In der politischen und politischen Regierungscheidung, wir sind die ersten, um den Beispiel, dass das Evoluz ist, aber auch die Ergebnisse der Ergebnisse. Applaus Ich habe sofort gesagt, dass ich das mache. Was haben Sie gesagt? Sie haben gesagt, dass ich mich vacciner habe. Ich hatte auch meine Ideen, aber ich habe nicht gedacht, dass ich mich dabei bin. Vielen Dank. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Okay, cool. Nada.